Welcome to the second of my daily videos about my Master Thesis and today we are going to talk a little bit more about the topic itself and we're doing that in more detail than we did yesterday. Ähm, okay, nicht wirklich. Ja, ich denke mal, ihr seid mir da schon längst auf die Schliche gekommen, dass das Video gestern nicht so hundertprozentig ernst gemeint war. Ich freue mich trotzdem schon, die Kommentare entsprechend morgen lesen zu können, weil heute ist noch der 31. März. Das Ganze ist natürlich entsprechend vorproduziert, wie soll es auch anders sein. Aber auch wenn das Ganze als April-Schätz-Video gedacht war, steckt da doch eine ganze Menge Wahrheit irgendwo mit drin. In den letzten Wochen war es hier, wie ihr sehen könnt, nur mal ein bisschen ruhiger hier auf dem Kanal und das lag mit an den Prüfungen. Auf die wollte ich mich konzentrieren. Hat so mehr oder weniger gut funktioniert. Gut, aber an schlechten Prüfungsergebnissen bin letztendlich nur ich schuld. Wenn man nicht vernünftig lernt, dann kommen da auch keine guten Noten bei rum. Ja, außerdem hat gestern am 1. April auch tatsächlich das Sommersemester angefangen. Das ist nun mal so, an der Uni von April bis September ist das Sommersemester. Und ja, dementsprechend hat das gestern angefangen und ich werde mich in diesem Semester auch mit meiner Masterarbeit beschäftigen. Die fängt allerdings nicht am 1. April an, sondern erst am 9. April. Ja, terminlich, das muss ja immer alles vorher angemeldet werden, weil ich ein bisschen später noch die Prüfung hatte. Ist auch egal. Am 9. April fange ich mit der Masterarbeit entsprechend an. Und das Thema ist tatsächlich Schema Extraction, NoSQL Data Profiling. Und ich werde sie höchstwahrscheinlich auch auf Englisch schreiben. Ich habe nur die täglichen Upload-Videos oder Update-Videos. Die werde ich hier definitiv nicht machen, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Aber es kann natürlich sein, dass ich hier in den nächsten Wochen das ein oder andere Update-Video dann vielleicht mal mache. Aber wie gesagt, das sollte eigentlich eher unregelmäßig sein. Was es hier aber wieder regelmäßiger geben soll, das sind auf jeden Fall die ein bis zwei Videos pro Woche, die ich ja auch schon vor der Prüfung mehr oder weniger konstant mit durchgezogen habe. Ja, das soll hier jetzt entsprechend wieder mit zurückkommen. An den Thumbnaids möchte ich demnächst auch nochmal wieder ein bisschen arbeiten. Da bin ich nicht hundertprozentig zufrieden momentan. Alleine schon mit der Sprachsituation, weil die Videos in Deutsch präsentiert werden. Aber die Thumbnaids sind Englisch, weil ich sie eigentlich international ausrichten möchte. Weil gerade für internationale Zuschauer sind da deutsche Titel wieder ein bisschen... Ach, nicht unbedingt förderlich. Äh, egal. Darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Watchtime ist sicherlich auch noch ein Punkt, den man mit optimieren kann. Es sind natürlich parallel noch wieder zig andere Projekte mit am Laufen, so wie das halt immer so ist bei einem Informatiker. Und ja, wenn ihr also von all dem nichts verpassen wollt, ja, wenn ihr an YouTube-Tipps interessiert seid an Tech-Videos an Vlogs oder Updates wie diesem hier, dann könnt ihr hier oben auf Abonnieren draufklicken und ihr verpasst keines der neuen Videos mehr. Oder aber, wenn ihr noch ein bisschen Zeit und Lust mitgebracht habt, dann könnt ihr euch hier unten noch zwei weitere Videos von mir mit anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.